Der Licht zum Tor gedreht, aber kein Problem für Marco de Ronja. Und tolle Abwehr jetzt, Riesen-Kopfball von Nicola, tolle mehr, aber er scheitert an Marco de Ronja. Da können Sie jetzt Danke sagen, die Spieler von St. Michael zu ihrem Goalie, dass es hier weiter nur unter Anführungszeichen 0 zu 2 steht. Und auch mit einer guten Flanke. Aber gut herausgekommen, Marco de Ronja, damit kein Problem für den Torhüter von St. Michael. Und auch mit einer guten Flanke. Und auch mit einer guten Flanke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017